Guten Tag! Wie hat sich das angefühlt, für dich hier im Wettbewerb mitzuspielen? Ja, erst einmal, ich freue mich, dass ich diesen Wettbewerb einen dritten Preis bekomme und für meinen Professor und alle Jury, alle euch, ich bedanke mich. Und diesen Wettbewerb für mich sehr, sehr gültig und sehr besonders. Vor einem Jahr, vor einem Jahr, ich habe auch diesen Wettbewerb teilgenommen, aber es war ein bisschen für viele Fehler und falsch zu tun. Deswegen nicht so gut Ergebnis. Aber jetzt, dieses Mal, vielleicht eröffne ich Leistung erhalten. Und deswegen freue ich mich noch einmal. Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns gesprochen hast. Ja, danke. Danke. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020